und hier mein herz willkommen youtube wieder bei uns mein Name ist Cuckatracks und willkommen zum erneuten ja live commentary kann man das jetzt nicht nennen ich habe gestern wie ihr gerade auf meinem screen sehen könnt Morgana und Twitch versucht zu guiden ihr habt ja alle fleißig gevotet und ja sind ein paar geile games bei rausgekommen also hier habe ich angefangen Twitch zu zocken muss man natürlich erstmal wieder reinkommen das war dann schon besser aber 12 8 ist natürlich nicht nicht relevant um sowas zu guiden also da muss ja natürlich mehr herkommen habe dann ein 20 6 Twitch gameplay gehabt was auch wirklich im late game war wie ihr sehen könnt habe mir gedacht boah geil das guidest du machst aber noch eben den zweiten guide also dass ich die zwei gameplays aufgenommen habe durch das wunderschöne programm loll replay und ja habe mich dann zu einem organa guide begeben wie ihr hier sehen könnt ja 9 4 war ein richtig geiles gameplay also ich habe sozusagen auf der botling gespielt als supporter und ja dann war es dann irgendwann 22 30 und habe ich mir gedacht gut jetzt hast du die zwei games im kasten fängst dir an nachzukommentieren so und was machen wir natürlich dann wenn du zum loll replay dieses wunderschöne programm namens loll replay hat dann einfach angefangen gar nichts mehr aufzuzeichnen ihr seht das ist komplett leer ich weiß nicht was da los war aber ich habe nicht ein gameplay mehr aufgenommen danach ich werde jetzt euch zeigen was ihr mit loll replay machen könnt wenn ihr das auf dem desktop habt das heißt auf dem desktop loll recorder dann geht ihr einfach rechtsklick dann dateipfad öffnen sondern dass hier der loll recorder und dann gibt es hier die anwendung an install macht den doppelklick drauf drückt dann auf ja deinstallieren und das war es dann mit dem loll replay kleines update dann für die guides demnächst die guides werde ich dann habe ich schon angefangen mit heute weil ich natürlich morgen die guides dann hochladen werden möchte habe ich angefangen ja jedes game aufzuzeichnen ja das geht natürlich auf die festplatten wir sehen könnt aber das ist alles easy ich habe dann heute morgen den morgana guide fertig bekommen twitch guide hat nicht gereicht aber den morgana guide habe ich schon mal im kasten den muss ich jetzt nur noch nach kommentieren und dann ist alles gut aber ich werde dieses programm loll replay nicht mehr benutzen ihr werdet das in keine meiner guides mehr sehen wird euch nicht stören weil die guides werden ganz normal ablaufen wie vorher auch nur dass ich dieses programm nicht mehr benutzen werde wollte ich euch mal eben angemerkt oder eben gesagt haben ja das dazu loll recorder verschwindet jetzt hier auch ja dann würde ich sagen tut mir leid dass ich ja das auf morgen verschieben muss ihr habt euch natürlich dass das bestmöglichste ausgesucht was am meisten zeit aufwendig ist das risiko bin ich eingegangen das muss ich mir daran muss ich mir jetzt auch dran halten habe ich kein problem mit mache ich gerne zumal in letzter zeit wenig guides gekommen sind ja nur dass ihr bescheid wisst dass es sich um einen tag verschiebt tut mir echt recht herzlich leid aber wird nicht mehr wieder vorkommen loll replay ist weg ich verabschiede mich und vielleicht mache ich heute abend ein paar abo games ja kommt ein paar abo games kann wir machen 20 uhr 18 bis 20 uhr denke ich mal mache ich also zwei stunden im chat sein teamspeak ihr habt ja alles und dann sage ich bis später ciao scheibe